Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Pro Bono. Heute zu Gast ist bei uns das Akademische Forum für Außenpolitik. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Ja, vielen Dank herzlich einmal, dass wir überhaupt kommen dürfen. Das freut uns natürlich ganz besonders. Mein Name ist Bernd Herrmann. Ich bin seit einigen Jahren beim Akademischen Forum für Außenpolitik engagiert. Ich bin, glaube ich, vor über zehn Jahren zum ersten Mal dazugekommen. Das war eine ganz lustige Geschichte, dass mich einfach ein Studienkollege im Studierendenheim angesprochen hat, damals in der Lerchenfelderheim. Also nicht Lust, am Abend ein Rhetorik-Training zu machen. Und mittlerweile bin ich seit einigen Jahren dabei. Bin hoffentlich sehr engagiert dabei. Und es ist halt immer schön, in einer internationalen Vereinigung, die international tätig ist, sich zu engagieren, viele verschiedene Projekte kennenzulernen und insbesondere auch mit verschiedenen Menschen zusammenzukommen. Dankeschön. Hallo, auch von meiner Seite. Mein Name ist Laura Wulcic. Ich bin Masterstudierende von der Politikwissenschaft und arbeite jetzt seit drei Jahren freiwillig beim Akademischen Forum für Außenpolitik mit. Vielen Dank. Dann starten wir gleich mit eurer Organisation. Wie würdet ihr AFA in einem Satz beschreiben? Das Akademische Forum für Außenpolitik ist die Hochschuliger für die Vereinten Nationen. Wir versuchen am Bindeglied zwischen der Jugend in Österreich und den Vereinten Nationen, den Ministerien in Österreich zu sein. Und was macht man jetzt als Studentin bei euch? Also was macht das für euch für Studenten attraktiv? Ich glaube, man kann als Studierender sehr viel bei uns machen. Wir haben natürlich verschiedene Angebote für die unterschiedlichen Altersklassen. Wir richten uns ja an alle jungen Menschen bis 35 Jahre. Natürlich, wir sind jetzt hier am Juridikum, insbesondere auch an Juristinnen und Juristen. Das freut uns ganz besonders. Wir haben verschiedene Ausbildungsprojekte. Wir versuchen Softskills zu trainieren, zum Beispiel ein Rhetoriktraining, ein Verhandlungstraining, was um Job- und Gehaltsverhandlungen geht. Oder wir simulieren die Vereinten Nationen eines unserer Kerngebiete. Natürlich, wir versuchen sozusagen den Sicherheitsrat nachzuspielen. 15 Personen verhandeln für einen anderen Staat. Alles natürlich simuliert. Man sucht sich das Land selbst aus und versucht da einfach ein bisschen diplomatische Erfahrungen zu sammeln. Das Ganze ist aber auch eine Art Beer-to-Beer-Konzept, dass wir einfach sagen, erfahrene Studierende sollen ein bisschen die Jüngeren, die Erstsemestriken, Zweizemestriken ein bisschen auch coachen, ein bisschen beim Einstieg helfen. Und man kann bei uns nicht nur diese Projekte machen, sondern einfach auch einen lustigen, geselligen Abend verbringen, auf Studienreise fahren, sich in einen Diplomleger engagieren. Also verschiedenste Möglichkeiten, die man bei uns machen kann. Ja, das klingt sehr vielfältig. Ich habe gesehen, bei euch gibt es auch bestimmte Clubs, so zum Beispiel den Austria-Club oder den Departier-Club. Was könnt ihr mir da so darüber erzählen? Also der Austria-Club bei uns ist an sich ein klassischer Diskussionsamt. Man trifft sich, vertritt sein, es gibt immer ein Thema. Man hat ein kurzes Impulsreferat von einer Person, kein Experte, sondern bewusst nur wir Studierende selbst und möchten einfach zu einem aktuellen Thema diskutieren. Jeder bringt seine Meinung ein, sagt, was er sich dazu denkt. Man diskutiert und lässt den Abend dann gesellig ausklingen und einfach so eine gesitterte Diskussion sozusagen. Und der Departier-Club, da geht es wirklich primär um ein Rhetorik-Training. Man vertritt bewusst nicht die eigene Meinung, sondern man hat sich zwei Seiten zu einem Thema gegenüberstehen. Die einen argumentieren dafür, die anderen dagegen. Aber es geht ja bewusst um Rhetorik und nicht um die persönlichen Meinungen oder Inhalte. Also man möchte wirklich ein besserer Redner sein, das Publikum überzeugen und schauen, dass man in eine hineingedachte Meinung jemand anderen überzeugt und sich selbst auch die eigenen Standpunkte mal hinterfragt. Und abgesehen von den Zweien, was gibt es sonst noch so für Clubs? Vielleicht mal Laura? Also da, wo ich primär auch mitarbeite, ist das GAP, Global Advancement Program. Das ist ein einjähriger Diplomlehrgang, der sich an Studierende aller Studienrichtungen richtet, auch an Nicht-Akademiker. Das Tolle daran ist, dass man wöchentlich Expertenvorträge zu hören bekommt und mitdiskutieren kann. Das sind dann Expertinnen aus der Wissenschaft, aus Kultur, aus der Diplomatie, aus Medien. Und da haben Studierende die Möglichkeit, einmal wöchentlich einen Diskussionsvortrag zu hören und hier facheinschlägige Expertise aus erster Hand zu bekommen. Das Tolle an dem Programm ist, dass man hier wirklich Einblicke in Bereiche bekommt, wo man sonst wenig Zugang hätte, aber auch wirklich diese First-Hands-on-Experience. Dinge, die man nicht in Lehrbüchern findet. Und ich finde, das ist gerade für Studierende von uns, von großen Fakultäten sehr wertvoll, weil wir lernen nur aus Lehrbüchern, aber selten bekommen wir wirklich diese Personen zu Gesicht, die dann Entscheidungsträger sind, die wichtige Funktionen tragen. Und hier auch mal auf einer persönlichen Ebene Fragen stellen zu können, das ist so viel wert. Und das gefällt mir besonders gut am Gap. Vielen Dank. Das AFA gibt es ja schon einige Zeit länger. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen was zur Geschichte erzählen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ich glaube, die ursprüngliche Geschichte im Rahmen von Vorgängerorganisationen von uns geht bereits auf die Friedensbewegung von Bertha von Sutner zurück. Danach haben wir uns natürlich im Rahmen des Völkerbunds sehr engagiert, als akademische Vereinigung für Völkerbundarbeit. Und nach der Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen haben wir natürlich uns in diesem Bereich sehr engagiert. Das heutige AFA gibt seit 1991 als Akademisches Forum für Außenpolitik natürlich verschiedenste Ausprägungen, weil sie mittlerweile in ganz Österreich aktiv haben Lokalkomitees in verschiedenen Bundesländern und sind natürlich, wie hier in Wien natürlich, unsere Kolleginnen in den Bundesländern, aber schauen, dass wir die ganze Jugend, insbesondere auch Studierende, natürlich österreichweit ansprechen. Wenn ich jetzt bei euch mitmachen kann, wie mache ich das? Muss ich einen bestimmten Club anschreiben oder generell einfach das AFA selbst? Wie funktioniert das? Also grundsätzlich, je nachdem, für welchen Club man sich interessiert, was man beim AFA machen möchte, kann man sich auf der Website informieren und einfach ein Mail schreiben. Der Diplomlehrgang, wie das GAP zum Beispiel, hier gibt es eine Bewerbungsfrist, die startet normalerweise im Sommer. Aber ansonsten zum Debattierclub kann man gerne auch mal spontan vorbeikommen mit kurzer Voranmeldung, aber da braucht man sich nicht vorher bewerben. Ja, sehr cool. Jetzt würde ich auch noch gerne wissen von euch, was habt ihr persönlich von AFA mitgenommen, also was habt ihr gelernt, wie hat das euer Studium ergänzt? Ich glaube, ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich habe in den vielen Jahren, die mich engagieren durfte, natürlich alle unsere Projekte einmal ausprobieren dürfen und überall ein bisschen mitzumachen. Ich glaube, ich habe sehr viel, gerade in meinen jungen Jahren, ersten Semestern, habe ich mir durch diese Learning by Doing Projekte, ein bisschen Soft-Skill-Training, Rhetorik zu üben, Verhandlungen zu trainieren, glaube ich, dann in dem Berufseinstieg sehr leicht getan, dass ich einfach gesagt habe, wir haben schon ein Job-Interview simuliert zum Beispiel, haben das trainiert, wie könnte das ablaufen? Wir haben gelernt, vor einer Gruppe von Personen zu sprechen und einfach das Learning by Doing habe ich mitgenommen. Und ich glaube, das konnte ich dann in den ersten Job-Verhandlungen mit Arbeitgebern auch sehr positiv einsetzen. Zumindest habe ich einen Job gefunden, in dem ich sehr glücklich bin. Laura? Also ich muss sagen, bei mir hat es so viele positive Effekte gehabt. Ich habe vom GAP zum ersten Mal in meinem Bachelorstudium in Politikwissenschaft gehört, über Studienkollegen und fand diesen überparteilichen Dialog, diesen interdisziplinären Dialog so wertvoll. Und ich bin zum GAP gekommen und habe da einfach so viele verschiedene Meinungen auch hören können. Und ich fand das sehr wertvoll, dann auch später, ich habe mich dann für die Diplomatische Akademie beworben, habe dort internationale Beziehungen studiert und jetzt auch im Masterstudium der Politikwissenschaft. Und ich merke einfach diese verschiedenen Menschen, die man da trifft, die zum Teil Akademiker sind, zum Teil aber auch nicht, die Juristen sind, die Wirtschafter sind, Politologen sind, Historiker sind. Man bekommt hier in einem großen Rahmen verschiedene Persönlichkeiten mit. Und ich finde, das erweitert den Horizont. Also die Experten sind natürlich der eine Teil. Das ist sehr viel wert, dass man Diplomaten kennenlernt, dass man einen Armin Wolf mal persönlich kennenlernt. Das sind alles tolle Eindrücke über das Jahr hinweg. Der andere Teil ist aber auch wirklich diese Vielfalt an anderen Menschen, mit denen ich in Kontakt komme. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr wertvoll am AFA finde. Auch dieser generationsübergreifende Dialog, dass man hier von erfahrenen, teilweise auch pensionierten Diplomaten lernt, aber gleichzeitig diese Eindrücke mit Gleichaltrigen oder auch Jüngeren diskutiert. Und hier, finde ich, entsteht ein wirklich sehr, sehr schöner Rahmen, in dem man verschiedene Meinungen offen diskutieren kann. Dankeschön. Eine letzte Frage hätte ich noch für euch. Nämlich, wenn ihr nicht bei AFA wärt, wo wärt ihr dann? Gibt es eine andere Organisation, die euch interessiert hätte? Ich hätte keine gefunden, die wirklich diese Dinge so kombiniert wie das AFA. Also die Vielfältigkeit an Programmen eben auch, dass man auch debattieren kann, dass man Diplomlehrgänge hat mit Abschluss, dass man wöchentliche, zum Beispiel auch mittwochs um zwölf zum Austria Club kommen kann. Das sind Dinge, die bietet keine andere Organisation. Ich muss natürlich auch sagen, als großer AFA-Fan bleibe ich unserer Organisation treu. Wir haben natürlich verschiedene andere Institutionen, die ihr auch teilweise schon interviewt habt, natürlich sehr freundschaftliche Kontakte. Viele der Studierenden sind natürlich nicht nur bei uns, sondern auch woanders aktiv. Ich persönlich, mein Herz ist beim AFA und da wird das auch in der nächsten Zeit bleiben und ich bin sehr gerne dabei. Eine sehr diplomatische Antwort. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns dabei wart. Wir haben einen schönen Eindruck gewonnen und ich bin mir sicher, auch unsere Zuseherinnen haben viel über euch gelernt. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank auch von unserer Seite. Natürlich kommt ihr mal zum AFA vorbei. Es sind alle herzlich willkommen. Maintenant. Musik